Ich war irgendwann mal so 16, dann durfte ich in die Kneipe gehen und das, da sagen die Leute, die das Leben original erkannt haben, die haben Sachen versucht, die sie nicht geschafft haben. Ja, es hat einer einen Witz erzählt, der war gar nicht so gut, aber da kam eine Antwort, die war Weltklasse. Pass auf, der Typ sagt, Markus, pass auf, eine Frau geht zum Frauenarzt und sagt, immer wenn ich pinkel, verlier ich Briefmarken. Die Frauenarzt sagt, das ist ein Chiquita-Bananen-Aufkleber. So geht der Witz. Aber da sagt einer, haha, die hat die Schale mitgegessen.